endlich ist es soweit ich zeige euch heute ergebnisse unseres großen batterietests es ging um die 1,5 aa und aa zellen es gibt verschiedene hersteller die verschiedene untergruppierungen haben und da gibt sich denken kaufen wir halt mal ein paar durazell und machen test ok das reicht aber nicht weil schon weiter gibt es ja auch ein paar verschiedene batterien also nehmen wir noch ein paar von water dazu und das reicht eigentlich auch nicht weil es gibt ja noch mehr hersteller und dann wurde das ganze ein bisschen viel was haben wir gemacht wir haben natürlich bevor die frage kommt auch ein paar zellen das klingt komisch getestet und was haben wir jetzt getestet und wieso spreche ich immer von wir erstmal möchte ich mich jetzt hier an der stelle bei stefan recht herzlich für seinen unermüdlichen einsatz bedanken weil stefan hat die hardware gebaut und die auswertung die grafische auswertung und die skripte für die auswertung geschrieben ich nehme euch jetzt das ergebnis vorweg von allen getesteten könnt ihr im prinzip alle verwenden kauft die billigsten gott mehr sand draußen soweit das war's danke für eure aufmerksamkeit ach so ihr braucht mehr details gut was haben wir getestet wir haben eine langzeit entladung gemacht langzeit heißt 5 milliampere konstant strom alle daten aufgezeichnet jeweils vier am stück in einem gerät das gerät sieht so aus und weil ihr kommt wenn ein bisschen rechnet drauf ja so ein entladezyklus läuft etwa drei bis vier wochen deswegen haben wir drei von den geräten damit was vorwärts geht das ganze hat sich dann über ein halbes jahr hingezogen ihr könnt es nachrechnen es geht nicht auf weil es kann man ein paar sachen dazwischen ich erzähle euch während dem video ich habe euch das ergebnis schon erklärt noch zwischendurch so ein paar kings die schief gegangen sind unterhält euch doch nicht und zwar wisst ihr dass ich eine renovierung zwischendurch gemacht habe und stefan hatte da am anfang noch ein kleines problem oder einen kleinen unerwartetes feature wenn man das gerät einschaltet werden die ganzen daten auf die sd-karte geschrieben und zwar immer dieselbe datei und immer nach dem einschalten wenn es einen stromausfall gibt was ja durchaus bei renovierungen passieren kann genau das sind alle daten weg und ihr merkt es erst gar nicht weil es einfach nur überschrieben werden er stimmt nicht ganz muss noch bestätigen aber man kommt da nicht auf die idee deswegen war danach zwei versuchen womit das passiert ist weil einmal der elektriker die sicherung schmissen hat man muss muss heraus machen gab es so eine art usv die ich davor getan habe und es reicht jetzt natürlich nicht jetzt werden einige von euch sagen ja super gehabt es hat mit fünf milliampere laden entladen dauert drei bis vier wochen ja es könnte sein dass die zählen bei höheren strömen anders entladen deswegen haben wir alle batterien noch einmal gegeneinander antreten lassen mit 20 milliampere und zwar das gilt es nur für die zellen bei den aaa da haben wir nur 5 milliampere gemacht aufgrund der ergebnisse die ich euch ja schon gesagt habe weil es halt wenig bringt auch hat mich interessiert und da wurde ich inspiriert vom computer club 2 ob man die dinge wieder aufladen kann ich habe mir damals so ging das ganze los auch dieses ladegerät gekauft das zumindest mal ähnlich aussieht wie das was da vorgestellt wird die kurzfassung davon vergisst es so weit so gut kann sein dass sich die geräte verändern dass das nicht mehr kann vergisst es so und jetzt schauen wir uns im detail an was passierte in der ersten grafik seht ihr vier gp zellen vergisst mal die linken vier kurven sondern schaut einfach mal den breiten bereich in der mitte an das sind vier zellen verhalten sich batterien gleicher charge gleich ihr seht nach rechts die minuten aufgezeichnet und nach oben die spannung wir haben irgendwo bei 1 volt geendet das spielt keine größere rolle mehr weil da auch nicht mehr so viel energie geliefert wird deswegen haben wir beim skript dann irgendwo zwischen 1 volt und 1,1 volt dann aufgehört zweite kurve wir haben immer zwei gleiche genommen die durazell plus und amazon basics und da sieht man eben dass die oberen die braunen die durazells die sind relativ auf der linie die amazon basics etwas tiefer das heißt sie haben auch etwas weniger energie abgegeben aber nicht viel links das hätte ich vorher erklären müssen das sind die ladekurven wenn man diese zellen komplett entlädt in das ladegerät steckt ich habe ein tag bis immer ruhen lassen ins ladegerät steckt komplett auflädt und wieder entlädt die zusätzliche energie beim kompletten entlade und nochmal ladezyklus ist in diesem versuchsaufbau lächerlich und meiner meinung nach nicht die gefahr wert die man da reinsteckt wenn man solche zellen wieder nochmal auflädt wir haben aerosel maximum energy gegen water long life power die unterschiede sind da man sieht schon dass sich ähnliche zellen von gleicher firma ähnlich verhalten endergebnis eher lächerlich im unterschied genauso mit der aerosel max energy gegenüber der vato industrial pro und hier haben wir nur bei der aerosel maximum energy 2 ein ausreißer das muss wohl eine serienstreuung sein dann die kurven sind interessant aus weil sie so arg abweichen das ist weil wir jetzt zum ersten mal links diese bläulichen 12 kohlebatterien antreten haben lassen gegen eine water energy und eine aerosel maximum energy und dann sieht man also dass zinkkohle hier im bereich geringer ströme eigentlich keine chance hat wenn es nicht der preisvorteil ist oder es andere argumente dafür gibt die durazel plus power gegenüber die amazon basics auch da sieht man es gibt manchmal die gerüchte dass die gleich sind sind sie nicht sie sind innerhalb einer charge gleich aber man kann auf keinen fall sagen dass die zellchemie jetzt in diesen verglichenen gruppen gleich ist water alkaline und die durazel industrial auch da ähnliches verhalten sie geben beide relativ ähnlich energie ab aber es ist nicht so dass hier irgendwo die gleichen batterie drin stecken weil man sieht ja in der gegenprobe innerhalb einer charge verhalten sich die batterien im entladevorgang gleich aber sie sind zwischen den verschiedenen firmen nicht gleich jetzt kommen wir zur 20 milliampere entladung spannend auch da haben wir jetzt wieder links zwei ausreißer und das habt ihr schon geraten da sind links wieder die 20 kohle und daneben die war das auf was jetzt achten müsst und hier ist uns ein fehler also mir ein fehler passiert bei der hochstrom variante muss ich bei dem braunen kanal ein abgleich fehler gemacht haben ich habe es im nachhinein überprüft ja statt 20 milliampere entlädte mit 21 milliampere und das erklärt warum alle braunen kurven zu niedrig sind im folgenden müsst ihr die grauen braunen kurven vernachlässigen auch hier können wir jetzt relativ schnell durchgehen die durazel plus power und so weiter die verhalten sich gleich wir vergessen die braune orange braune kurve unten energizer gegen water industrial auch einigermaßen gleich hier die water industrial gegenüber der amazon basics sind schon auffallend synchron im kurvenverlauf die durazel plus power gegenüber der water long life power dass die durazel ein bisschen schlechter und jetzt kommen wir schon zu den aa zellen und das ist ein ähnliches verhalten wir haben jetzt hier die aerosel gegenüber der amazon basis industrial alkaline also relativ gleich da haben wir jetzt immer nur zwei das hatte logistische gründe vielleicht die zellen dann ja ich habe diesen test mehr oder weniger kurzfristig noch dazu genommen und nicht alle zellen gleichzeitig gekriegt also auch die durazel industrial und die active energy und die ganzen aerosels gegeneinander verhalten sich eigentlich wie erwartet auch die water high energy gegen der durazel plus da merkt man dass die water doch schon also hier deutlich schwächer sich verhält und die energizer sind hier relativ synchron und jetzt hier bitte zur auflockerung stefan oder die software geschrieben und es gab am anfang ein paar probleme das ganze ist so entstanden dass ich einmal gesagt habe mensch das müsste man mal messen aber es ist so ein wortschieß mit multimetern und so und dann ging es los mit das ist ja kein problem das machen wir gespillt ein bälle programmierung gar kein problem es gab dann doch ein paar probleme mit den sd karten zugriff und so weiter und dann hatten wir dann noch ein paar kleinere hardware ja auch nennen wir es mal aufwendigkeiten gefunden das ganze hat sich letztendlich wenn man es nebenher macht so fast über ein jahr hingezogen bis wir eine platine hatten die genau das tut was wir wollen die das aufzeichnen kann was wir wollen und dann auch mal ein halbes jahr messungen dies ist sagt wie viel arbeit dass auch wenn jetzt einige sagen also ich du also ich du hast ja was hast du euch gemacht ich habe die batterien gewechselt und die daten abgelegt und wenn ihr euch das mal überlegt was da alles schief geht und wie man das zeug da immer hin und her katalogisiert ist das nicht die hauptarbeit aber es ist arbeit jetzt zur auswertung jetzt zeige ich mal die ergebnisse ich habe bei den wattstunden wir haben in dem skript wattstunden ausgerechnet also ich habe in dem skript immer die höchsten angaben genommen um die ausreise rauszunehmen natürlich können die höchsten angaben auch ein ausreise sein ist halt so und wir sehen jetzt hier in der ersten spalte die energie entnahme bei 5 milliampere und in der zweiten spalte die energie entnahme bei 20 milliampere die mit 20 milliampere ist natürlich geringer weil der strom ist höher und der am inwiderstand der batterie fällt dann einfach mehr energie aber sie wird einfach wärmer durch den höheren strom und ihr seht eben jetzt links grün die mit den höchsten energie entnahmen und rechts auch die mit den höchsten energie entnahmen grün die rote das ist natürlich eine zinkohle batterie logisch dass die geringer ist und das differenz durch den spaß gemacht wie viel verlieren die zelle durch den höheren strom also wie viel wird die schlechter und da sieht man dass die water super live zinkohle natürlich am schlechtesten ist die ist hier rot und die anderen die gelb angemalten die verlieren halt bis zu 25 prozent ihrer energie die sie abgeben können und anderen die grün gezeichnet sind besser 20 prozent welche soll man jetzt kaufen das kommt darauf an wie viel geld sie kosten und jetzt werden einige sagen im moment könntest du noch bitte die euro pro watt stunde ausrechnen nein mache ich nicht habe ich angefangen aber das ist ziemlich sinnlos weil es hängt unglaublich von der größe des batterie packs ab den ihr kauft ihr könnt die teilweise als einzelstücke kaufen bis zu 48 stück das macht überhaupt keinen sinn meine meinung so wie ich ganz persönliches macht ich schaue was ich gerade finde gerne auch bei den discountern im lebensmittelladen um die ecke was soll's und da nämlich im prinzip zwischen diesen angeboten was gerade da ist ich habe aber auch keine requirements wo richtig hohe ströme brauchen das sind paar uhr noch so vage und so ein scheiß unter der fernbedienung und in diesem bereich würde ich sagen ist es relativ egal zu den zellen auch da ist das ergebnis ähnlich zwischen den großen herstellern durazell und weiter gut haben wir nicht so viel gemessen es ist alles in diesem bereich 1,7 watt stunden let's it ja vielleicht doch zwischendrin zur unangenehmen wahrheit ein paar von denen sind mir ausgelaufen ich sage jetzt ein bild von denis betroffen hat das ist aber nicht repräsentativ aus vielen gründen die das erste durchgelaufen sind lagen länger ich habe sie euch noch mal von der nähe herangeholt bei der hier habe ich jetzt leider keine historie dies aber so richtig schön hoch gegangen bei den anderen habe ich sie weil ich hatte kurz den verdacht ob das vielleicht meine lade versuche waren die die hoch haben gehen lassen aber das ist nicht so laut meiner historie war die 37 und die 36 das ist übrigens interessant war das gleiche charge ist das war die hochstrom entladung also die 20 milliampere ladung ist auch nur ja nicht so ewig lang her ein paar monate im prinzip sind die gelegen aber auch die 26 hier das war eine 5 milliampere ladung fängt jetzt langsam an hoch zu gehen das ist interessant weil wir haben jetzt hier in dem fall schon eine häufung ja aber eine häufung da wo ich es ja nicht erwartet hätte das ist eine zinkohle batterie alle best bevor 2024 hier ist die charge leider nicht mehr lesbar als zinkohle batterien sind normalerweise ein bisschen verschrien dass er nicht so auslaufen wie eben die alkali batterien aber anscheinend stimmt das auch nicht weil hier diese duraz ist das industrial genau diese duraz ist industrial die fängt auch an er nicht hoch zu gehen ist hoch zu gehen war aber so flapsig die fängt eben auch an raus zu siffen man muss natürlich auch dazu sagen die sind nicht unabhängig die liegen hat zusammen einer kiste die kiste ist aber offen also was auch immer da ausdünn steht kann sich vielleicht gegenseitig schon als die säure kann sich natürlich schon gegenseitig anstecken schaut jetzt hier aber nicht so aus ich werde jetzt einfach mal vor der lös die kiste mit den verbrauchten batterien rumliegen lassen aber also ich würde es mal sagen wir haben können hier so noch keine korrelation aufmachen bis auf dass möglicherweise diese charge hier war das super live dass die er gewisse probleme hat jedenfalls unter meinen versuchsanordnungen wäre vielleicht interessant bei welchen ihr probleme hat dass euch die batterien auslaufen noch eine ergänzung zum batterien wieder aufladen also primärzellen wieder aufladen in der anleitung des geräts wurde auch erwähnt dass man sie nicht komplett entladen sollte deswegen habe ich noch einen versuch gemacht ich habe batterien also vier stück also jeweils 22 gruppen etwa zur hälfte entladen mit unserer einrichtung langsam fünf milliampere habe es in der weile liegen lassen und habe dann jeweils eine von einer zwei gruppe in das ladegerät es laden lassen dann wieder liegen lassen und gesamt entladen was wir jetzt hier also sehen sind diese kurven der vier batterien ich fange mal an mit den amazon basics gegenüber den aerocell und was man da sieht die türkisene kurve das ist die kurve der batterie die zwischendurch im ladegerät war die graue drunter ist die kurve für die batterie für die zweite die nicht nachgeladen wurde zwischen zwischendurch also in der ersten ist absteckter breckerle mehr energie drin wenn man so beachten jetzt nur so grob wir nehmen die 1 volt schwelle also wann wenn die batterie spannung unter 1 volt sinkt die ist bei einer ganz normalen batterie ungefähr 32.000 stunden das heißt wir sehen wir sehen jetzt im prinzip den zweiten entladebereich bei den ersten habe ich natürlich nicht da habe ich sehr einfach nur stumpf entladen ohne aufzuzeichnen ungefähr bis zur hälfte wie gesagt und das was jetzt hier auf der x-achse zwischen diesen beiden kurven an zeit ist das haben wir gewonnen durch das aufladen haben wir diesen bereich hier gewonnen und bei der aerocell da ist es deutlich weniger das ist interessant und natürlich habe ich noch einen versuch gemacht und bei der water long life da gewinnen wir ein bisschen mehr wenn wir das jetzt in stunden ausrechnet dann sind es weniger als 5000 stunden deutlich eher 2000 stunden und 2000 stunden von 32.000 stunden das ist nicht einmal zehn prozent also das ist jetzt hier nur ganz grob gerechnet und bei den duracell plus da ist es noch ein bisschen weniger die verhalten sich da ein bisschen wie die amazon basics vorher und wir hatten ja schon mal den verdacht dass es zumindest mal eine gewisse ähnlichkeit der zellchemie gibt wenn man nur halb entladene batterien nachlädt gewinnt man je nach batterie typ 10 bis 20 prozent das kann man vergessen zwischendurch einmal ihr habt ja gesehen dass das eine mordsmenge arbeit war die batterien sind natürlich alle selbst bezahlt wenn ihr irgendwas von dem zeit kaufen wollte an batterien wenn ihr dazu zu amazon geht dann nimmst doch vielleicht bitte den link unten der video beschreibung gehen ein paar prozent noch an mich wer nett ansonsten gibt es da auch meinen amazon shop eine shop front oder wie auch das genau als wenn ihr anderes werkzeuge lumpe da euch interessiert was bei mir ist in der werkstatt herum fährt gut soweit sind wir jetzt durch jetzt werden einige von euch fragen wie funktioniert denn das in ladegerät das ist ein thema für sich und schaut mal wenn es euch interessiert auf den angepinnten kommentar erstens einmal wenn ihr irgendwelche anderen kommentare habt weil es kann sein dass vielleicht hier irgendwas noch korrigiert werden muss das steht im angebitten kommentar ich habe stefan soweit breit geklopft dass ich ihm die adresse unter meiner domain gemacht gemacht habe dass leute die direkt fragen zum gerät haben es eben stellen können jemand an er wird unter dem video mitlesen aber so wie ich ihn kenne wird er in social media nicht zurück kommentieren das ist halt so vielleicht müsst ihr anbetteln aber fragt mich jetzt nicht nach 100.000 details weil ich habe keine rechte an dieser schaltung und keine rechte an dieser software rein grundsätzlich funktioniert das zeug so es hat ein display es hat konstant stromquellen also es entlädt die batterien über diesem bereich mit konstantem strom es zeichnet die spannung dann auf eine sd karte auf und das ganze muss relativ gut skalieren also dafür 100 watt pro gerät brauchen also vom strom her also es läuft mit usb 5 volt und als problem so im laufenden prozess hatten wir als ich dann den strom hoch gesetzt habe haben wir gemerkt dass die stromquellen nicht bis 0,9 volt bis zu denen wollte ich ursprünglich entladen funktionieren das hat jetzt schaltungstechnische gründe deswegen muss man da ein bisschen hoch gehen und man muss doch ein widerstand umlöten zusammen mit dieser ganzen stromausfall problematik glaubt man gar nicht wie viel zeit man mit sowas verbringt und auch die datenaufbereitung ist dann aufwendiger sowas wie ich euch gerade eben gesagt habe dass eine kurve aus der reihe tanzt man schaut ja schon immer dass alles ein bisschen plausibel ist dass die bilder richtig nummeriert werden und so weiter und jetzt kommt das ganz große mimimi das interessiert aber keinen von euch weil ihr habt es schon aus dem video mitgenommen ist eigentlich wurscht eine bitte an euch ihr werdet wahrscheinlich irgendwelche batterien unbedingt wissen wollen weil er die immer kauft und dann stehen viele kommentare teste doch mal noch mal das damit wir uns da jetzt hier nicht irgendwie kommunikativ auseinander bewegen es wird demnächst keinen batterietest mehr geben irgendwann vielleicht einmal wieder vielleicht irgendwann auch mal wieder einen volk test aber der aufwand ist ja horrormäßig und das erklärt auch warum es keiner tut und wenn es welche tun dann seht ihr dass die irgendwelche sehr hohe ströme nehmen zur entladung und ihr habt ihr als gesehen in den grafiken dass die messegebnisse natürlich komplett anders sind und wir haben explizit die idee gehabt sehr langsam zum entladen um zu sehen ob es vielleicht bestimmte zellen gibt ihr von ihrer zellchemie gerade geeignet sind für solche langsamen entladung was wir nicht testen können das soll irgendjemand von den übrigen verdächtigen machen die dafür richtig geld kriegen wir können jetzt nicht selbst entladung und so weiter messen oder halt ströme die viel geringer sind weil das karriere hat schlecht hoch und jetzt beantworte ich dann gleich noch einen anderen kommentar von jemand der hat meinte ja dann verkauf halt deine videos damit wenn ich die werbung in der mitte aushalten müssen das ist jetzt auch ein gutes beispiel dafür warum das nicht funktioniert weil die leute tun das nicht und es finanziert sich nicht von 10 20 leuten die dann für so ein video 23 euro zahlen und das könnt ihr vergessen deswegen müssen dazwischen dann einfach werbeblocks drin sein und der geheimtipp von mir war ich habe das schon mehrmals gesagt ihr könnt auf odyssey das ist alles in der video beschreibung erklärt und verlinkt seht ihr die videos tatsächlich wahrhaftig werbefrei und nicht zensierbar ja warum weil ich es kann weil das für mich der backup ist und weil es kaum einer macht also jetzt hört man bitte damit auf dass in dem wie in solchen videos zu viel werbung ist ich würde mal sagen für mich ist das jetzt ein sehr erleichterndes video weil jetzt ist es endlich abgeschlossen und wenn ihr zurück datet wann meine renovierung lief das ist ein jahr her dann wisst ihr wie lange sich so was hinziehen kann bis man das mal als video reifes ergebnis präsentieren kann ich sag mal bis zum nächsten mal dann aber nicht bis zum nächsten batterietest servus dann bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten mal dann bis zum nächsten mal